Und herzlich willkommen zu Donkey Kong 64 mit einer weiteren Folge. Ja, in der letzten Folge haben wir uns hier ein bisschen, aua, in den Tempel hier vergnügt. Und jetzt mache ich mal weiter mit Tiny Kong, dass wir hinten an diesen mysteriösen Tempel kommen. Und, aua, machen wir dann fröhlich weiter. Ja, gucken wir, dass wir mit Tiny jetzt das fertig machen, dann machen wir mit Donkey Kong das nächste fertig. Und dann hätten wir das gröbste, gröbste, dass ich hier wieder in diese alte Wüstenkacke reinspringe. Ich komme jetzt erstmal... Ach, guck mal, mein Freund. Du gibst dir doch gerne ein Melonenstückchen. Machen wir so. Ja. Okay, wir müssen das mit Madame Klein machen. Okay, das funktioniert. Und dann kommen wir da hoch, gemütlich. Das machen wir doch, das machen wir doch. Kam ja schon. Ab. Machen wir es kurz? So, jetzt haben wir abgeholt und glaube ich dann oben ins Lösch-Scan reingeworfen. So gut. Alter tight, hier. How we go. Ah. Ich muss ja mal einen Schluck Wasser trinken hier. Bap, 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 bap. Ja, wir werden reingeworfen, oder? Ja, direkt rein. Okay. Okay. Let's own you. Ach, so'n... so'n rennen. Du hast Art to jump. Geh weg. Okay. Okay. Okay, wir machen nochmal. Come on. Ja, sicher. Tja, zwei again. Das ist so'n bisschen Leben übrig haben. Ich weiß es nicht ganz genau, fuck. Bad luck. Also, Pech gehabt. Noch eine Runde. Aber das Rennen jetzt her, nee. Blöde, blöde, blöde. Aber wenn wir nach vorne drücken, kann man ein gutes Stück voran. So, hier war jetzt diese komische... ...komische Kurve hier. So, jetzt kommt der kleinen Mistkäfer wieder. Der nicht nervt, der es aber wieder abhalten muss. So. Und noch so'ne schreckliche Kurve. Ich tippe mal, dass da noch so'ne schreckliche Kurve kommt. Aua. Komm, 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 komm. Nee. Ich glaube, ich muss sowieso nie alle einsammeln. Wir können ein paar einsammeln, was wir einsammeln können. So. Ich glaube... Was haben wir gewonnen? Yay, wir haben eine Banane gewonnen. Oh. Boah. Ja. Äh, nö. Ich hab ja gewonnen. Oder? Habe ich jetzt hier die Bananen nicht bekommen? Muss ich das noch... Muss ich irgendwie bestimmte... Boah, ich sag nicht, dass ich ein paar Dinger einsammeln muss. Machen das noch mal. Wir machen das noch mal. Lese ich das mal noch mal kurz. Kann man dich schnell hoch? Tick, da, tö, 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 dünn. Düt, tt, 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 ttt, l critic, ttt, ditt, ttt, tt, ttt, ttt. Ich tippe mal, dass hier nun vorhin den Dinger mehr einsammeln muss, glaube ich mal, ne? Wie viel müssen wir denn davon haben? Ey. Kleiner, dreckiger Käfer. Was brauchen wir denn? 25, 26, 27, 28, 29, 30 oder so? Ich nehme dieser kleine Mistkäfer ein bisschen näher. Gefällt mir ja gar nicht, aber ich... Was soll ich denn sagen, was wir einsammeln müssen? Wenn ich 50 habe, ist das, glaube ich, gut oder so. Ich will es hoffen. So. Ja, 40 Stück. Kurz nochmal bremsen. Nein, nicht mehr Popo runterrutschen. So, 50 Stück haben wir. Die Banane ist noch da. Das ist mir nicht auch rausgegangen. Wir haben ja gewonnen. Ah, jetzt haben wir, glaube ich, gewonnen. Ja. Banane. Haben wir schon mal... Wir waren 50 Stück, glaube ich, okay. Nicht traurig, ist ja ein kleiner Mistkäfer. Ich wollte doch nicht gemeint zu dir sein. Ich wollte nur die Banane haben. Die hättest du mir auch freiwillig geben können. Da hätte man nicht so leid gehabt. Der Donkey Kong, sagen wir mal wieder an. So, jetzt geht's weiter. Machen wir uns mal die nächste Banane. Bam in your face, kleiner man. Ja. Give it to me. Give it to me. Treffer. Das ist ein bisschen einfacher, da kommt es schneller. Eine Banane. 22 Stück. Das ist aber auch schon... Für zwei Level ist das schon enorm. Ich muss wirklich sagen. Schauen wir mal Blueprints an. Von jedem zwei. Passt auf jeden Fall. So, können wir mal nachgucken. Vergehen. Haben wir aus jedem Level die Blueprints. Aua. Auf den habe ich jetzt gar nicht geachtet. Nein. Na komm her. Ah, dein Gebiss. Ist kacke. Ich weiß, ich habe keinen Bock auf dich. War in ihr Gesicht. Aber hier können wir uns ja auch in die Melone. Dintadadam. Ah, wollte ich da gar nicht. Ja, was haben wir denn hier? Keine Ahnung. Mach das nochmal weg hier. Ach, hier haben wir vier. Okay, da kommen wir schnell nach vorne. Vier haben wir da. Okay. Ich liebe dieses Spiel. Wenn es ein bisschen verbar ist. Ich habe ein paar. Ein Fast Level. Bin dabei. Äh, haben wir noch eine Möglichkeit? Ja, nur die Möglichkeit. Okay. Was kommt denn jetzt? Aha. Er wird freigelassen. Oh, Banana. Nice. Ah, wie? Ja, nein. Okay. Feder. Okay. Damit bin ich da einverstanden. Die zwei hier hinten. Doch noch so ein Ding. Das ist. Komm, es ist wohl wieder. Geschöhn. Aber ich habe da gerne mal alles rein. Sicher ist sicher. Ich habe da auch noch einen Bananen oder was. Können wir ja, wie gesagt, auch mit den anderen rein. Aber wirklich nur mit den dreien, ne? Ist da was zu finden. Nein, guck mal, wen wir da haben. Wir haben den, wie heißt der? Crazy Kong? Oh, mein Gott. Ach, hier sind halt die Dinger. So. Mal gucken, wie wir... Hier haben wir eine Feder. Eine Fee, keine Feder. Komm, jetzt mal gucken. Was schneide ich denn die ganze Zeit hier? Okay, hier haben wir eins. Ach, da haben wir den alten Becherfresser, der... kommt mal irgendwie runter. Ich verspiele Trommeln und Musik, Instrumente. Springt's auch hier runter. War sogar richtig. noch eine Bananen, noch eine Bananen, noch eine Bananen, noch eine Bananen, noch eine Bananen. Und Action. Jetzt kann ich ein Link von... Ich ging mir jetzt offen. Ah, da geht's weiter. Okay. Bananen oder weitergehend? Weitergehend. Okay. 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 Dann wird das schon mal. Ey, Affe! Da unten haben wir das, okay. Heppa. Wie gesagt, zwei. Ja, mach du mal weiter. Hier haben wir eins. Inyo Gesicht. Zwei. 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 Pch. Jenna. Zwei. 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 Aua. Es muss das mal sein. so aber der ist gerade wach geworden ich würde sagen ich mache einen schnellen cut hier und wir sehen uns in der nächsten Folge bei Donkey Kong V60 euer FlashDB und bis gleich